Aus dem Weg. So Leute, jetzt wird gedaddelt. Wir haben uns heute hier versammelt, um dem zu huldigen, was vor einem Jahr passiert ist. Ein bisschen über ein Jahr. Wer sich vielleicht erinnern kann, wer vielleicht seitdem auch hier ist, bitte nicht kotzen. Wenn ihr hier seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es aufgrund des Videos Switch Sports Naturtalente ist. Dieses Video war für mich lebensverändernd, denn jetzt habe ich diesen wundervollen Playwork, den ihr nicht mehr sehen könnt. Und um dem zu huldigen, spielen wir heute Wii Sports. Und das wird geil. Wir spielen Bowling, Boxen, Baseball, Tennis. Ich glaube, Golf ist noch dabei. Das volle Programm. Leben ist gut. Das wird klasse. Das wird geil. Was machen wir? Wir machen Sport. Ist ihr gut? Hast du eine Pause? Warum Sport? Ähm, mm, mm, mm. Ich muss hier einmal parallel, ja. Ich dachte, wir spielen Wii. Eine Wii ist in der Wii U mit drin. Hä? Okay, ey. Leute, es ist soweit. Wir beginnen mit Tennis. Tennis, Digga. Ich habe früher Tennis gespielt beim, äh, M, ne, MTV Schlagen. Was hast du Lücherli im ersten Video erzählt? Welches Video? Ich war ja Vereinsmeister beim SV Schlagen. Tennis. Tennis. Ich gebe schon direkt los. Ey. Ey, sorry, ich habe daneben noch. Ich verlasse mich auf dich. Digga, das ist cool. Das ist cool, das ist cool. Sie hat Aufschlag. Konzentration jetzt. Warum hast du ihn nicht? Wie soll ich den bekommen, wenn du vorne da bist? Ich verlasse mich auf dich. Du stehst da vorne. Ich verlasse mich. Be who you are. Hab ich. Sehr schön. Boom. Boom. Du. Matchpoint. Manche würden dies als sogenanntes Karamah bezeichnen. Ist denn jetzt los? Diese Diskan in Gehl sind dann bitte Lies, die wir bedienungsanleidenden weitere Informationen zu behalten. Huh? Sechs einhalb Stunden später. Huh? Boom. Aminia, bitte konzentriere dich aufs Spiel, ja? Schön. Schmetterball. Schmetterball. Schön. Gell, schön. Sü. Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Freut ihr euch zwei gegen eine Frau? Ihr sexistische Kackfeine? Ja, Mann. Wir machen die Frau jetzt auch weg. Hey, Sohly. Einstand. Einstand. Albert. Hä? Ich bin schockt. Oh. 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 Okay, klar. Ich wusste nicht, dass sie cheated. Ich wusste nicht, dass sie cheated. Sie hackt. Sie hat... Passung! 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 Kratzen! Haus! Schön! Hey, wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß nicht, dass sie gewonnen ist. Tschüss! Das ist so verbringend. Das ist so verbringend. Habe ich ihn? Hä? Ist schon im Spiel? Habe ich, habe ich. Anjo, das schneiden wir um. Hey, Anjo. Wie disrespektvoll bist du! Gutes Spiel. GG. Gutes Spiel. Aber okay. Hey. Gutes Spiel. Baseball. Ist auch geil. Ist auch geil. Ist auch geil. Ist auch geil. Wuhu. Das macht ihr beide. Baseball. So, meine Damen und Herren. Es geht auf den Baseballkurs. Kamina ist am Schläger. Versucht schon mal ein paar trocken Übungen zu machen. damit der Ball auch gleich fliegt. Ja, I guess. Punkt für Maximilian. Der erste Wurf ging durch. Ohne Knopf. Ohne Knopf. Ohne Knopf hört man aus den Reihen. Ohne Knopf. Ohne Knopf. So, steht oder zu früh. Es ist wie beim Sex, Alter. Wechsel. Wechsel, wechsel. Scheiße. Jetzt. Spielende. Ist das alles kacke. Versteht jemand von euch Baseball? Ja, aber... Wir treffen nur den Ballen nicht, man. Das ist zu dumm. Ohnein. Weißt du, jetzt kommt es gerade so in meiner Großhirnrinne. Dann hättest du Kopfschmerzen. Was hast du zu lachen? Hättest du gleich geklappt. So darf man gar nicht bohlen. So bohlen Babys, so. So mit zwei Händen am besten. Äh, äh. Ich bin nur ne kleine... Ich bin nur ne kleine... Also ich bin nur ne Mädchen. Meine Hände sind so klein. Stell dich hinten an. Lass Hände vergleichen. Also ich bin nur ne pis. Ich bin nur ne das. Ich bin nur die Hafté, nicht mehr. Ich wollte mal was Neues probieren, ey! Meine Güte geht da auf einmal! Wow! Wow! Haha! Was ist denn? Zu! Der ist für euch, Leute. Jetzt mach ich mal wie du. Oh, nice cock! Hm, average cock würde ich behaupten. Was gibt's da zu lachen? Maximilian Paul, keinheitsknabe, warum lachst du? Du musst dir mal vorstellen, die übt dafür. Er spielt da sein Spiel nebenan und dann hört er von drüben nach unten... Nice cock! Sonst fährt das nämlich nie. Das ist mal ein scheiß cock, du musst Drecks geben. G- W- Z- Das ist mich... Ehe! Ehe... Ich bin, ich bin Charmaine, ähh. Ehe ... ...fem Mädchen, ich hab meine Hände, ähhh. Ich gehe jetzt aus. Jessy, du bist ja bisher der Loser der Runde. Jaaaahhh! Ohohoh! Hey! Du hältst mich nicht auf! Nice cock! Ist das nicht möglich? Kann ich gehen? Nein, wir sind noch lange nicht fertig. Kann ich gehen? Ich wohne hier nicht mehr. Ich finde, ihr sollt mal eine Runde runterkommen. Ich spät's Golf, ja? Golf. Deswegen! Ich bin ein paar Wien nicht. Denkst du schon! Das wird Lauf von Stehlen. Du bist bist gerade sicher. Was muss denn ins Loch? Hinter mir. Hä, ich hab nach hinten gemacht. Ich mach den jetzt genau rein. Wollt schmieren und lösen. Wird's was? Komplett überzogen. Viel zu doll. Viel zu doll. Sandgrube. Ach du. Demine. Ah, wahrscheinlich auch Sand, ja. Willkommen in der Sandgrube. Hier sieht aus wie ein Golfer. Sieht aus wie dein Vater. Woher das wohl kommt? Das ist auch nicht nötig, das wird eh eingefügt. Die plus aktualisiert. Sehr gut. Nice par. Nice par. Boogie. Schöne Runde Golf. Was ist das? Loch zwei. Wie viele Löcher kommen denn? Das weiß ich nicht. So, ja. Mehr das Bein. Das wäre krass gewesen. Nee. Das wäre krass gewesen. Das war sehr gut. Was? Meine Mutter. Oh, der verhungert schon wieder. Ja, der war eine Wende. Wie er guckt. Gar kein Wort mehr. Da ist das letzte Loch. Mehr, mehr, mehr. Ja? BRUH! Ich halte das alles nicht mehr aus. Bist du lustig, ja? Ja? Bitte. Ich glaube, es ist vorbei, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jaaaa! Ha! 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 Ich bin's weiter! Ich fange als Kamp Kotze mit hoch. So, wollen wir boxen? Ja! Ich fange als Kamp Kotze mit hoch. Ihr könnt das ja jetzt im Ring klären. Eure Eskapaden. Gut. Machen wir. Ich habe tatsächlich sechs Jahre Boxsport gemacht. Ich auch. Acht. Ich bin siegen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hast du schon mal gespielt? Doch! Bei Johannes. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Nein! Hehehe! Wachsen! Ah, man macht so Deckung wirklich? Ich muss jetzt A drücken. Round 1! BOOM! 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 Jetzt kommt eine Kumpel! BOOM! BOOM! Passiert nix! Ich kann sie noch nicht boxen! Was war das denn jetzt? Erstrunde vorbei! Round 2! Guck mal, alles ist delayed und er reagiert auf nichts. BOOM! 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 Kannst du noch? Kannst du noch? Das ist so spannend! Zack in die Nieren! Ich verwandte mein Leben! Tut weh? Bastard! Oh meine Nieren! Uhhhhhh! 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 Mike Tyson! Kommen wir! Hier, woher mit der Lied, Junge! Zack! Ja, voll in die Fresse! Komm auf! Bleib liegen! Nein! Steh auf, Junge Sau! Steh auf! Schaue! Ich bin so stolz! Hup, hup, hup! So stolz! Ist ja nicht wunderschön und so sexy! Aua! Gut, wir haben es geschafft! Wir haben We Spaws überlebt! Danke! Wollen wir heute duschen gehen? Geht das auf das? Amina, danke, ne? Ja. Auch weiter so. Danke. Ohne euch, ne?